Robert, ich bin schon so aufgeregt. Was machen wir denn da bitte heute im Rathaus? Glaubst du, bekommen wir am Ende unsere Ehrenauszeichnung? Ich fürchte nicht, Rolf Rüdiger. Aber es geht ums diesjährige Wiener Wasserfest. Und mehr dazu kann uns jetzt Klima- und Umweltstadtrat Jürgen Tschernohorski verraten. Servus Jürgen. Hallo Robert. Hallo Rolf Rüdiger. Hallo der Roh. Bitte, ich freue mich ja schon so arg auf das Wasserfest. Ich kann es gar nicht mehr zusammenzwicken. Bitte, Herr Stadtrat, ich habe gehört, das Wasserfest findet diesmal online statt. Das stimmt und zwar als Schulwettbewerb für die Volksschülerinnen und Volksschüler und für die Älteren. Da gibt es ein riesengroßes Online-Event. Und einen Stationenpass gibt es auch, da könnt ihr beiden mir helfen. Ja, das klingt lustig. Und für eine Cremeschnitte mache ich alles. Na passt auf, statt jedem Partnerzelt gibt es einen Besuch von euch beiden bei jeder Partnerin und bei jedem Partner oder eine Rätselfrage und ihr Kinder. Ihr könnt die beiden dabei begleiten. Und für euch heißt es dabei gut aufpassen, denn in jedem Video haben wir eine knifflige Rätselfrage versteckt. Und wenn ihr die Antwort wisst, dann notiert euch den dazugehörigen Buchstaben. Das ergibt nämlich ein Lösungswort und damit könnt ihr coole Preise gewinnen. Oh wow, ich liebe coole Preise. Na dann gleich online mitspielen und Gewinnsackerl sichern. Wir bekommen zwar keine Auszeichnung, aber dafür gehen wir zwei ins Surfen. Haha! Ja und zwar im Internet. Macht auch gleich mit auf www.wienerwasserfest.at. Viel Spaß!